K.I.K.A.R.O.S. Kid Icarus. Ein Spiel, das ich immer mal ausprobieren wollte, seit ich, um zuzugeben, den Charakter erst kennengelernt habe bei Smash Bros. Ähm, wie heißt er noch? Hab ich vergessen, fällt mir bestimmt wieder ein. Okay, was kann man denn hier so? Jock and Shoot! Megaman Style, abgesehen davon, was ist... Okay, ziemlich nutzlose Pfeile, die nur einen halben Meter weit fliegen. Äh, cool. Herzen, okay. Was bringen wir dir Herzen? Okay. Alles klar. So kann man auch Kriechen animieren. So. Äh, okay. Was soll das? Hm. Okay, hier scheint's nicht viel zu geben. Wozu hat der Typ eigentlich Flügel, wenn er nicht fliegen kann? Zack, 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 zack. Nice. Ich hab das Gefühl, diese Schlangen kommen einfach endlos. So weit, so gut. Oh, okay, jetzt geht's los. Jetzt kommen die fieseren Gegner. Ha, okay, einmal vom Bildrand verschlungen. Scheinen die keine große Gefahr mehr darzustellen. Oh, cool, was soll das? Was ist das? Was nützen mir die Dinger? Äh... Äh, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was nützen mir diese Herzen? Geben mir die Energie? Au, fuck. Na, komm schon. Ah, damn. Frecke! Wuhu, fuck! Was? Wo ist denn hier meine Lebensanzeige? Ja... Deine Mama. Sacred Words, whatever. Okay. Äh, okay. Von vorne. Ich erzähl das mit dem blöden Herzen. Die bringen mir überhaupt nichts. Warum sieht meine Lebensleiste so aus, als wenn sie links angeknabbert wäre? Halbe Herzen. Irgendwie check ich das nicht so richtig. Und was ist das? Sieht aus wie ein Hammer oder so? Oh, fuck, fuck, fuck. Äh, okay. Hahaha. Oh, nein! Fuck. Ja, ja, okay, nochmal. Na komm. Ich... was? Diese nützlosen Herzen. Ja, fuck you. Oh, fuck, fuck. Oh, fuck. Okay. Ach, jetzt verstehe ich diese Lebensanzeige überhaupt erst. Ist das wenigstens... Nein, das ist auch kein Leben. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Warum bleibt ihr denn kleben, wenn ihr da oben die Wand berührt? Okay. Äh, nicht ganz das Spiel, das ich mir vorgestellt hatte. Ich meine, irgendwie ganz lustig. Ich kann mir vorstellen, dass ich es als Kind wahrscheinlich ziemlich viel gezockt hätte. Weil so war das halt nun mal damals mit den Spielen. Da gab's, upala, eben kein Speichern in dem Sinne. Da hast du halt, als du es gespielt, soweit du gekommen bist. Und wenn du verkackt hast, dann musstest du eben von vorne anfangen. Bäm! Wapp, wapp, wapp! Äh, vielleicht hätte ich wieder rechts lang gehen sollen. Jetzt kommen wieder die Bitches hier. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Crazy Musik. Was ist das? Geh weg, ey. Ah, fuck. Ich bin so gut wie tot. Wie kriegt man denn hier Leben? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, an Leben zu kommen. Okay, das sieht ziemlich crazy aus. Okay, okay, okay. Gib mir was Cooles. Was habe ich jetzt bekommen? Äh, okay. Ich bin immer noch fast tot. Das kann doch nicht sein. Gibt es hier irgendwie Leben? Oh mein Gott. Okay, 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 okay. So, jetzt so gut. Äh, jetzt geht das wieder ab. Ah, fuck. Die sind viel zu schnell, die Bitches. Wie soll ich die denn besiegen? Nicht von vor... Oh Gott. Ernsthaft? Okay. Das ist wieder so ein Spiel. Da muss man einfach alles drüber wissen. Ist jetzt immer noch nichts. Wozu ist dieser Raum gut? Äh, man muss alles drüber wissen, weil man wahrscheinlich mit irgendeiner tollen Taktik diese Viecher alle besiegen kann. Es war halt auch so gedacht, dass man diese Spiele alle zehntausendmal spielt. Boah, bevor man da irgendwas reißen kann. Oh nein, dieses Mal gehe ich hier lang. Das war eben einfacher. Ne, komm, lass mal. Das ist... Oh, aha. Das einzig Nützliche an diesen Türen ist... Boah! Dass alle Gegner verschwinden, wenn man da reingeht. Ah, okay, so kann ich gucken, was es so gibt. Das ist alles nützlos. What? Was passiert? Okay. Äh, ja. Wie auch immer. Hüpp. Hüpp. Hoppala. Oh, ne. Wie? Was? Was soll ich gegen den Typen machen? Alter, ich kann die unmöglich besiegen. Geh weg, ey. Fuuuck. Okay. Einfach wegrennen. Aber irgendwann muss man doch mal speichern. Oh, 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 es sieht noch am Ende aus. Oh mein Gott. Yes. Okay. Wie lange bin ich jetzt dran? Und ich habe gerade das erste Level geschafft. Oh Gott. Äh, okay. Okay. Hehehe. Okay, das scheint Eis zu sein. Das sieht nämlich aus, als wenn ich... ...ah, das soll leben. Nice. Oh. Was gibt's hier? Oh, ne, die wieder. Ne, lass mal. Bam, 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 bam. Hui. Alles klar. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Uah, fuck. Okay, ich gehe jetzt einfach ein. Try buying from me. Alles klar. Ist das so schwer von dir zu kaufen? Äh, kostet das Herzen oder was? Da brauche ich wohl noch ein paar. Krass. Okay, alles klar. Ähm. Oh, ne, da ist schon wieder der Spack. Nein! Oh. Das ist so frustrierend. Ah, stirb. Was? Puh. Was ist da, da, da? Ach so, ja. Hab ich gar nicht gesehen, dass ich da reingegangen bin. Okay. Die lass ich erst mal verschwinden. Ja, ja, nö, lass mal. Hm, 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 nein. Okay. Äh, ach so. Alles klar. Nein! Schnell! Okay, weg hier. Was leider auch verschwindet, ist dieser, oh mein Gott, pfff. Lebenstrank, der da eben schwebte. Aber im Moment brauche ich ihn eh nicht insofern. Passt das? Oh, ne, schon wieder so ein Spacko. Aber wenigstens auch wieder eine Tür dahinter. Ja, hau ab. Hä? Okay. Der hat wohl keinen Bock auf mich. Oh nein! Fuuuuck! Ich war so weit. Ich war so weit. Nein, lass mich in Ruhe. Nö. Was? Nein. Okay. Also, ja, was soll ich sagen? Ein NES-Spiel halt. Hard, aber unfair. Ich würde sagen, es ist der letzte Versuch. Wenn ich jetzt den Level nicht schaffe und ich bezweifle, dass ich es schaffe, dann reicht uns das für den ersten Eindruck. Da es doch etwas zu schwierig ist, um es tatsächlich einfach durchzuzocken, werde ich da auch keine mehrere Episoden draus machen. Hoppala. Aber es ist nett, um mal einen Eindruck gewonnen zu haben und ich denke, vielleicht werde ich das alleine auch noch ein bisschen weiterzocken. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich denke, dass das nicht allzu unterhaltsam ist, wenn ich das hier weiterhin aufnehme. Daher, wie gesagt, hoppala. Letzter Versuch. Was ist mit dem? Warum hat er jetzt keinen Bock? Bam, bam! Ah, fast. Was sind das für Preise? Wie soll ich denn so viele Herzen kriegen? Absurd. Absurd. Ja, es war ja mal mega unfair. Okay, ich glaube, hier habe ich eben verkackt. Oh man, oh man, oh man. Es ist anstrengend, ey. Uhuhu. Okay, okay, so weit, so gut. So weit war ich noch nicht. Ha. Äh. Hm. Äh. Okay, wenigstens gibt es hier keine Gegner, dann kann ich mich auf diese Scheiße hier konzentrieren. Okay, nein, nicht der, nein, geh weg, geh. Nein, fuuuuck! Shit, 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 shit. Okay, da kommen sie. Bum, 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 bum. Nein, fuck! Fuck, 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 fuck. Noch ein Treffer. Geh weg, ey, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, fuck, fuck, fuck. Oh. Okay, der kann mich scheinbar nicht töten. A, im Gegensatz zu den. Ah, im Gegensatz zu den. Oha. Nein, nein, nein. Geh weg, geh. Kid Icarus Ja Nein 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 Nein